Gerd Müller, die deutsche Legende des FC Bayern München ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Bayern München und Deutschland Legende Gerd Müller ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Als einer der besten Stürmer der Geschichte erzielte Müller 68 Tore in 62 Spielen für die Bundesrepublik Deutschland, darunter den Siegtreffer im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande. Außerdem erzielte er in 15 Jahren beim Bundesliga-Giganten Bayern 547 Tore in 594 Pflichtspielen. Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans, sagte Bayern-Präsident Herbert Heiner. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat, und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit im Weltfußball. Wir sind in tiefer Trauer mit seiner Frau Uschi und seiner Familie verbunden. Ohne Gerd Müller wäre der FC Bayern nicht der Verein, den wir heute alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn werden für immer weiterleben.